Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den russischen legendären Kreuzer Stalingrad am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau angucken, welche Module ich nutze, welche Verbrauchsmaterialien wir haben. Dann schauen wir uns die Werte an, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskilling und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot das Zielsystem Mod 1, um die Streuung der Hop-Batterie besser zu machen, was natürlich sehr sehr wichtig ist. Im zweiten Slot nutze ich das Antriebsmod 2, um einfach schneller beschleunigen zu können. Ich muss aber dazu sagen, meiner Meinung nach sind alle drei Mods im zweiten Slot wirklich gut geeignet. Auch die Ruderstellzeit ist relativ schlecht, weswegen das Steuergetriebe gut geeignet wäre. Und auch das Schadensbegrenzungssystem Mod 2 wäre keine schlechte Wahl, weil wir wirklich von den Trefferpunkten hier wirklich Schlachtschiff-Level sind, was das Schiff hat. Und dementsprechend dort ein bisschen die Anfälligkeit von Bränden reduzieren wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich entscheide mich hier, wie gesagt, für das erste, für das Antrieb Mod 2. Im dritten Slot nutze ich das Tarnungssystem Mod 1, um einfach die Erkennbarkeitsreichweite zu reduzieren und den gegnerischen Beschuss zu verschlechtern. Und zu guter Letzt nutze ich noch Hop-Batterie Mod 3, um einfach die Ladezeit der Hop-Batterie zu reduzieren. Wir verlieren zwar ein bisschen Drehgeschwindigkeit der Hop-Türme, aber wir möchten natürlich hier unseren Schaden erhöhen. Weiter geht es mit den Verbrauchsmaterialien. Dort haben wir einmal Schadensbegrenzungen mit unendlich Aufladungen. Im zweiten Slot haben wir die Auswahlmöglichkeit zwischen dem Radar mit zwei Aufladungen und einer Schussortung von 11,7 Kilometern. Oder das defensive Flakfeuer mit zwei Aufladungen. Ich entscheide mich auf jeden Fall hier, das Radar zu behalten. Und zu guter Letzt haben wir noch die Reparaturmannschaft mit zwei Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 324 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 9000 Trefferpunkte pro Aufladung. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir mit anderen Kreuzern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 81 Punkte. Trefferpunkte sind 65.000. Was natürlich verdammt viel ist auf jeden Fall für einen Kreuzer. Das kommt schon relativ nah Richtung Schlachtschiff auf jeden Fall, was die Trefferpunkte angeht. Das ist natürlich schon richtig brutal. Panzerung sind 6 bis 617 Millimeter. Dort schauen wir uns natürlich auch nochmal schnell die Panzerungsgruppen an. Wir haben hier eine Bugpanzerung von 32 Millimetern. Das ist natürlich schon Schlachtschiff Level. Und dann auch noch einen Eisbrecher von 50 Millimetern. Das ist natürlich eine brutale Panzerung, die wir hier auf jeden Fall haben. Außerdem auch die Deckpanzerung 50 Millimeter. Also auf jeden Fall sehr, sehr starke Panzerung definitiv. Aber das Schiff hat auch ihre Schwachstellen. Das sehen wir hier bei der Zitadelle. Die Zitadelle ist jedoch relativ weit überhalb der Wasserlinie. Also dementsprechend auf jeden Fall anfällig. Und auch über die komplette Breite vom Schiff. Wodurch natürlich gerade auch Flugzeuge bzw. die deutschen AP-Bomber dort sehr viel Schaden machen werden. Und die Torpedo Schadensverrüngerung sind 25%. Was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 76 Punkte. Und bei der Hauptbatterie haben wir 3x3 305 Millimeter Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 17,1 Kilometer. Was auf jeden Fall eine heftige Reichweite ist. Richtig brutal weit. Eine Ladezeit von 20 Sekunden. Was auf jeden Fall etwas unterdurchschnittlich ist. Aber es ist natürlich ein schwerer Kreuzer mit großem Kaliber. Also nichts Ungewöhnliches. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 30 Sekunden. Was auch etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Und die AP-Granaten machen einen Höchstschaden von 8500. Und wie ihr sicherlich auch gerade gemerkt habt. Haben wir keine HE-Munition. Wir haben wirklich bei der Stalingrad ausschließlich die AP-Munition. Die wir hier auf jeden Fall nutzen können. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache hier. Definitiv. Aber mit so einem großen Kaliber macht es natürlich auch total viel Sinn. Die AP sowieso zu nutzen. Selbst wenn wir hier die HE zur Verfügung hätten. Aber in manchen Situationen ist es natürlich schon ganz cool eine HE-Munition zu haben. Die haben wir hier auf jeden Fall nicht. Und müssen dementsprechend mit der AP arbeiten. Und auch der AP-Schaden pro Minute ist hier leicht unterdurchschnittlich. Wir müssen hier wirklich weise unsere Hop-Geschütze einsetzen. Und dann haben wir noch bei der Sekundärbewaffnung 6x2 130 mm Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 5 km. Einer Ladezeit von 4 Sekunden. Und dort machen die Sprengranaten einen Höchstschaden von 1800 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Flugabwehr haben wir 96 Punkte und haben dort 10x4 25 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 124 und einer Reichweite von 3,5 km. Dann noch 6x4 45 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 124 und einer Reichweite von 3,5 km. Und zu guter Letzt noch 6x2 130 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 167 und einer Reichweite von 5,7 km. Damit haben wir auf jeden Fall einen unterdurchschnittlichen Schaden pro Sekunde was die Flugabwehr angeht. Allerdings haben wir hier natürlich brutal geile Reichweite. Das gleicht das Ganze natürlich aus und macht natürlich dennoch die Flugabwehr relativ gut. Weiter geht es mit der Manövrierbarkeit. Dort haben wir 61 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 35 Knoten, was etwas überdurchschnittlich ist. Wendekreisradius sind 1130 Meter. Das ist natürlich richtig, richtig brutal schlecht. Also gerade wenn ihr mal wenden wollt und euch wirklich eine andere Route suchen wollt, dann müsst ihr das Ganze auf jeden Fall sehr gut überlegen. Weil der Wendekreisradius ist natürlich richtig schlecht. Und die Ruderstellzeit sind 12,5 Sekunden, was auch etwas unterdurchschnittlich ist. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 40 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 15,1 Kilometer, was auf jeden Fall ein sehr schlechter Tarnwert ist. Auf jeden Fall auch Erkennbarkeit zu Luft 9 Kilometer, ein sehr schlechter Wert. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 11,7 Kilometer, was auch ein sehr schlechter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Nikolai Kuznetsov mit der Basisfähigkeit in Richtung Sonne. Erhöht die Reichweite der Hop-Batterie ihres Kreuzers. Und geskillt habe ich dort einmal in der ersten Reihe. Außerhalb der Reichweite erhöht die Reichweite der Hop-Batterie ihres Kreuzers. Damit haben wir natürlich massiv krasse Reichweite, auf jeden Fall die wir teilweise vielleicht gar nicht brauchen. Dementsprechend Flugverbotszone auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Speziell wenn man es garantieren kann, zum Beispiel mit einer Division, dass wirklich Flugzeugträger in der Runde sind. Aber ich nehme hier trotzdem außerhalb der Reichweite, weil wir hier auf jeden Fall garantiert immer was von haben. Auch wenn Flugzeugträger nicht dabei sein sollten. Und ja, lohne eine Flammen, brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Wir haben natürlich keine HE-Munition. In der zweiten Reihe nutze ich Intuitiv, aktiviert die Anzeige, die sie darüber informiert, wo sich das nächstgelegene gegnerische Schiff befindet. Der Spieler des gegnerischen Schiffs wird dabei darauf aufmerksam gemacht, dass seine Position angepeilt wurde. Erhöht außerdem die Dauer aller Verbrauchsmaterialien zur Zielerfassung. Das ist natürlich eine geile Sache. Wir verbessern hiermit einmal unser Radar, was wir auf jeden Fall haben. Was natürlich cool ist. Und wir sehen natürlich den nächstgelegenen Gegner. Dementsprechend können wir auch unser Radar vielleicht ein bisschen schlauer einsetzen. Alternativ könnte man halt auch nochmal überlegen, bevor es zu spät ist, zu nutzen. Weil wir hier wirklich bei diesem Schiff kein Sonar haben. Was natürlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Dort sieht man dann wenigstens die Torpedos etwas früher, was auf jeden Fall hilfreich sein kann. Aber ich gehe auf jeden Fall mit diesem Skill. In der dritten Reihe nutze ich Durchstoßen, erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten ihres Kreuzers. Das ist natürlich super. Wir haben hier nur die AP-Munition. Diese wollen wir natürlich bestmöglichst verbessern. Und das funktioniert mit diesem Skill sehr gut. In der vierten Reihe nutze ich Fixiert verbessert die Granatengruppierung der Hop-Batterie ihrer Kreuzer. Und die Hop-Batterie-Genauigkeit für jeden Schüsstip. Das ist natürlich auch ganz wichtig, die AP hier nochmal genauer zu machen, um wirklich besser Zitadellen zu treffen. Und als legendären Skill nutze ich die Nachfüllstation. Die Nachfüllstation verringert die Ladezeit der Hop-Batterien ihres Kreuzers. Was natürlich eine geile Sache ist. Hier einfach ein bisschen mehr aus der Hop-Bewaffnung rausholen. Was die Ladezeit angeht, ist natürlich nie verkehrt. Alternativ ist vollständig verpackt. Aber auch eine sehr gute Wahl. Weil hier einfach noch eine weitere Aufladung von der Reparaturmannschaft und dem Radar dazu bekommt. Was natürlich auch einen Unterschied machen kann. Und wenn ihr selber für euch merkt, dass ihr häufig die Reparaturmannschaft und das Radar vielleicht schon verbraucht habt. Und es noch benötigen würdet. Denn auf jeden Fall vollständig verpackt nehmen. Wenn ihr einfach die Hop-Geschütze besser haben möchtet. Denn die Nachfüllstation. Und bei den Inspirationen nutze ich den Francesco Mimbelli. Dieser verringert die Ladezeit der Hop-Batterien ihres Kreuzers. Hilft uns also nochmal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und als zweites nutze ich den Norman's Cut. Dieser erhöht die Granatengruppierung der Hop-Geschütze. Hilft uns natürlich nochmal dabei genauer zu treffen. Alternativ wäre natürlich auch Azulain Schadenhorst eine gute Inspiration. Dort könnt ihr nochmal die Streuung der Hop-Batterie verbessern. Oder auch der Günther Lütjens. Dort könnt ihr nämlich nochmal das AP-Potenzial der Hop-Geschütze erhöhen. So Leute. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte. Verwerfungslinie im Herrschaftsmodus. Drei Zerstörer, zwei Kreuzer, vier Schlachtschiffe starten hier in der Mitte. Ich würde sagen, wir versuchen auf jeden Fall so ein bisschen uns zwischen A und B zu orientieren. Wir haben hier eine Yamato und eine Kavarosk in der Mitte. Los geht's, los geht's. Doppel-Lightning im Gegnerteam. Eine Shimakase. Da haben wir schon mal feindliche Vanguard entdeckt. Wir haben natürlich eine brutale Gleichweite hier in unserem Schiff. Können wir auf jeden Fall mal direkt auf die Vanguard hier schießen. 5000 Schaden hier immerhin auf 18 Kilometer. Können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren, würde ich sagen. Der ein feindlicher Zerstörer ist schon mal im B-Cap drin. Oh, sogar eine Zitadelle hier gemacht gegen die Vanguard. Sehr geil. Ja, auf der A-Seite ist eigentlich kein feindlicher Zerstörer. Da können wir uns schon mal sicher sein. Ich hoffe nur, dass unsere Kavarosk hier das B-Cap etwas verteidigt wenigstens. Jetzt hier einfach nochmal auf die Vanguard zu gehen. Auch wenn diese natürlich sehr weit entfernt ist. Aber solider Treffer hier. Fast 10.000 gemacht. Da können wir uns echt nicht beschweren. Und auf der Reichweite kann er halt nicht mal zurück schießen. Da ist natürlich das Fiese da dran. Wir versuchen jetzt hier mal das A-Cap ein bisschen zu pushen. Puschen. Hinten haben wir schon mal die Lightning. Und was haben wir da noch? Die andere Lightning. Okay, die Shima-Kase war also bei C. Puschen hier auf jeden Fall. Verlieren leider unsere Kageru hier. Waren wir mal auf dem Schießen. 6.000 hier. Sehr geil. Wir versuchen mal ein bisschen hier die Insel zu nutzen. Dass die anderen zwei Schiffe nicht auch auf uns schießen können. Nochmal hier 6.000. Die Geschütze sind natürlich sehr geil. Und damit ist auf jeden Fall schon mal die Champagne hier draußen. Auf die Alaska. Na, kassieren hier auch. 9.000. Wollte hier nicht unbedingt an der Ecke, an der Insel hängen bleiben. Wollte eigentlich rumfahren, aber ich war glaube ich noch auf ein Viertel Geschwindigkeit. Dementsprechend bin ich ein bisschen dicht hier an die Insel gekommen. Sonst wäre ich jetzt hier direkt schon rumgefahren. Das kostet uns natürlich hier ein wenig Zeit jetzt. Der große Kurfürst. Puscht dort. Richtung Mitte. Ich würde fast sagen, dass wir versuchen den großen Kurfürst hier zu beschießen. Schöner Treffer hier. 16.000. Sehr geil. Schaffen es leider nicht nochmal nachzuladen. Auch wenn er runterbremst. Ah, vielleicht doch. Aber kassieren hier auch leider eine Zitadelle. Das ist ein bisschen bitter. Dennoch haben wir hier einen guten Treffer gelandet. Definitiv. Das, was man natürlich mit der Stalingrad nicht gerne sehen möchte, sind halt wirklich Zerstörer. Weil man hat halt kein Sonar relativ langsame Nachladezeit. Also allgemein. Ich hoffe, dass unsere Schlachtschiffe jetzt dort gleich mal ein bisschen pushen. Man sieht so aus, als wenn die Alaska hier vorne rumkommt. Steht leider schon raus. Aber dennoch hier 15.000 wenigstens machen können. Das ist natürlich sehr schön. Hier ist das Eiwe ist draußen. Diesmal leider keinen guten Treffer. Bitter müssen aufpassen. Der große Kurfürst wird dort auch rückwärts. Sehr schön. Alaska haben wir auf jeden Fall mal bekommen. 8.000er Seife. Hätte ich ein bisschen mehr gehofft, wenn ich ehrlich bin. In den großen Kurfürst. Das war schon mal besser. 12.000 hier. Sehr geil. Nochmal kommen wir da leider nicht drüber. Da ist die Lightning. Sind halt immer noch alle drei Zerstörer am Leben. Feindliche. Die zwei sind schon mal da drüben. Beide Lightning. Die Frage ist halt, wo die Shimakase ist. Der große Kurfürst wird hier wahrscheinlich bald rausgehen. Sehr schön. Eine Lightning ist auch draußen. Sieht auf jeden Fall jetzt schon mal besser aus. Auch wenn das Gegner-Team nicht weit entfernt ist, was die Punkte angeht. Ja, aber unsere Edinburgh hat dort einen fantastischen Job gemacht. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Beide Lightnings rausgenommen mit unserer Cabarras zusammen und beide quasi keine Trefferpunkte verloren. Das ist natürlich sehr geil. So, dort pushen die Gegner jetzt hier massiv. Hier haben wir die Oczokow. Versuchen wir, wie gesagt, ein bisschen nochmal auf die Flanke zu kommen. Sind jetzt hier auch aufgeklärt. Das heißt, die Shimakase sitzt hier auch direkt vor dem Cab schon. 5.000 wenigstens gegen die Oczokow. Leider kommen wir da nicht über die Insel rüber. Das ist halt bitter. 10.000 hier aber gegen die Großen Kurfürst gemacht. Und die Oczokow passiert hier auch. Nutzen wir mal unser Radar wegen der Shimakase. Sehr schön. Großkaliber gab es jetzt hier noch. 137.000 Raden haben wir schon erreicht. Ein bisschen schade, dass die Vanguard zu schnell rausgegangen ist. Hätten wir dort auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen können. Aber hier nochmal großer Kurfürst. 20.000 hat Schälle gemacht. Winkeln hier natürlich auch an. Nochmal 4.000. Bisschen riskant, dass wir jetzt hier die Heckgeschütze noch nutzen wollen. Aber die Runde ist natürlich schon durch, müssen wir dazu sagen. Nochmal 12.000. 180.000 mittlerweile hier schon erreicht. Teile Sache auf jeden Fall. Also die AP ist natürlich sehr, sehr böse. Und draußen ist der Kurfürst. Und damit haben wir auch die 200.000 Schaden hier geknackt. Sehr geile Sache. Shimakase wird da um die Ecke gleich kommen. Leider hier den Blind-Treffer nicht gelandet. Wahrscheinlich sind die Torpedos jetzt unterwegs. Werden wahrscheinlich hier rausgenommen von der Shimakase. Da haben wir erst in 1 Minute 30 wieder... Oh, wird aber hier sogar aufgeklärt. Okay, warten wir ausweichen soweit. Und die Lightning nimmt die Schieber raus. Und damit ist auch die Runde schon gewonnen. Haben wir natürlich hier schön gepusht. Gerade am Anfang, da durch A durch. Hat auf jeden Fall ausgezeichnet funktioniert. Und ja, 202.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 108 Zieltreffern. Ein Schiff aufgeklärt. Ein Flugzeug abgeschossen. Drei Ausfälle gemacht. Drei Schiffe zerstört. Eine Zitadelle. 13 Sekundärtreffer. Unterstützer und Großkaliber gab es. Schauen uns natürlich auch das Team-Ergebnis an. Sind hier auf Platz 1 gelandet. Aber auch hier unsere Zerstörer einen guten Job gemacht. Und auch die Edinburgh definitiv. Die anderen waren vielleicht ein bisschen zu passiv hier auf jeden Fall. Speziell die Schlachtschiffe. Aber so war mehr für uns über. Und auch ein Gegnerteam. Die Lightnings nicht schlecht gespielt. Und auch nicht der große Kurfürst. Schauen wir uns natürlich nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. Haben hier 202.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Mit einem einfachen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. Und das soll es auch soweit. Mit der Schiffsvorstellung der Stalingrad gewesen sein. Auf jeden Fall ein Schiff, was eine supergeile API-Munition hat. Aber ich würde auch fast sagen, dass das Schiff auf jeden Fall nicht in allen Situationen wirklich optimal zum Alleinespielen geeignet ist. Und wir haben hier wirklich zwar das Radar, was ein bisschen helfen kann gegen Zerstörer. Aber kein Sonar ist natürlich schon ziemlich heftig. Ist meiner Meinung nach eher so ein Schiff, was für ihre Divisionen sehr gut geeignet ist. Wo man doch vielleicht noch einen Zerstörer mit dabei hat. Wo man sich darauf verlassen kann. Das ist natürlich dann eine geile Sache. Aber die API ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die haut rein. Auch gegen Schlachtschiffe macht man natürlich massiv Schaden. Das kann auf jeden Fall richtig Spaß machen. Problemen wird es halt auch ein bisschen, wenn man halt ein bisschen geflankt wird mit diesem Schiff. Weil die Breitseite doch sehr, sehr weich ist. Da muss man auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen. Und generell vom Spielerischen. Ich denke mal, alle, die die Alaska auf jeden Fall gerne spielen, werden auch den Spaß mit der Stalingrad haben. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.